Im März wurden Informationen über die Bekanntmachung eines neuen Spiels in der Star Wars Galaxy, der den Namen Project Maverick trug, veröffentlicht. Den Gerüchten zufolge trägt die Verantwortung für das Project Maverick, das Studio EA Motive. Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, wartet auf uns ein recht bescheidenes Spiel, in dem es hauptsächlich um Weltraumschlachten geht. Am 5. Juni wurde gesagt, dass das Spiel am 9. des gleichen Monats präsentiert wird. Wegen der weltweiten Situation kam es doch nicht dazu und Electronic Arts haben ein neues Datum angekündigt. Lauter Quelle ist das letzte Fenster für die Veröffentlichung des neuen Spiels am 18. Juni reserviert. Wir müssen wissen, dass EA Motive ein recht frisches Team ist und bisher nur für die Arbeit an der Einzelspieler-Kompanie des Star Wars Shooters Battlefront 2 und die Unterstützung von BioWare bei der Erstellung des Science-Fiction-Thrillers Anthem bekannt war. Einige Stunden nach dem Leak auf der Xbox-Seite kündigte Electronic Arts offiziell Star Wars Squadron an. Das neue lizenisierte Star Wars Spiel, das sich anscheinend unter dem Codenamen Project Maverick verbirgt hat. Die entsprechende Ankündigung erfolgte auf der Franchise-Seite auf Twitter mit den Worten Piloten gesucht. Die restlichen Details zu dem Spiel werden am 15. Juni, also heute um 17 Uhr, in einem Trailer veröffentlicht. Ein Link wurde in die Beschreibung unter diesem Video hinzugefügt. Wenn du also live mit dabei sein willst, klicke auf den Link und genieße die Show. Laut dem Journalisten Jeff Group bereitet der Verlag ein Actionspiel für die Luft- und Raumfahrt mit einer Einzelspieler-Kompanie und einem Mehrspiele-Modus vor, in dem die Spieler in Teamkämpfen gegeneinander antreten und legendäre intergalaktische Raumschiffe aus der Star Wars Serie steuern können. Unter anderem E-Wing, X-Wing, Way-Wing Starfighter, T-Fighter, vielleicht sogar die Bomber oder einen Transporter, der unter Beschuss abzuhauen versucht. Vielleicht dürfen wir sogar einen Sternenzerstörer in die Luft jagen, wie es einst der Luke und der Poe taten. Das ganze Geschehen spielt sich vermutlich entweder auf dem vulkanischen Planeten Mustafa oder vermutlich in seiner Nähe ab. Auf diesem Planeten fand der spektakuläre Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader aus der Episode 3 Die Rache des Sith statt. Ob man für die helle oder dunkle Seite spielt, ist noch unbekannt. Aber wie schon erwähnt, wird am 18. Juni, also drei Tage nach dem Trailer rauskommt, das Spiel auf der EA Play Live Seite vorgestellt. Die Seite mit dem Countdown habe ich euch auch in die Beschreibung hinzugefügt. Ähnliche Spiele gab es schon seitdem Star Wars gibt und wir sind gespannt, ob es diesmal was besonders Gutes wird. Viel Spaß beim Trailer und der Live-Übertragung am Mittwoch. Möge die Macht mit euch sein.